Ich bin ganz spart begeistert. Sie springen jetzt gerade mal und schwimmen eine Runde. Der Buh befindet sich in Zauber-Kopf-Diebeck. Sie sehen, dass das auch eine lange Lange ist. Der Buh, der Meier, der Buh ist mit dem Klammerlein, die in den Klammer 5 Meter und klar wird der Sprung weiter. Mit 3,5 Meter und 3 Meter und die Brüder für die Sprung. Mit 3,5 Meter und 10,5 Meter hoch für die besonders weit genug und 10 Meter. Innerhalb des Puls gibt es diese weiße Schreibung, ich möchte eine Klinik im Westen anzustellen. Dieses Klinik ist eine Erdbefüchung des Safety Spargers. Klingt kompliziert, ist aber auch nicht, dass sie keine Art Erweck durchs Wasser haben. Das hilft dazu, den Aufenthalt, wenn man auf Seiten bedeutet, dass sie die Sonnenbeisprung durch den Sichtensportler wieder schnell an die Wasserhundepächer zurückzuholen, ohne dass sie dann natürlich das gelächte Sektor und das gelächte Sektor. Man sagt, dass sie jetzt nicht weiter mit einer Legitur, dass sie nicht weiter mit einer Sektor, dass sie nicht weiter mit einer Sektor. Und ich sage, dass sie nicht weiter mit einer Sektor. Das ist ja gut. Die springen, die machen Köpfer. Die machen Köpfer, warte nochmal. Ein Doppel-Looping mach die. Das sind 10 Meter, das ist doch nicht hoch. Oder sie? Na klar. Ich stehe jetzt nur die Stimme, weil ich hier stehe. Ich stehe jetzt nur die Stimme, weil ich hier stehe, oder?